Herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute hier sein können und dass wir uns mal wieder sehen nach so langer Zeit, auch wenn das online, glaube ich, das letzte Mal ganz gut geklappt hat. Meine Kollegin Sebon Song baut hinten das Modell auf, aber ich glaube, wir haben auch Modellfotos dabei in der Präsentation, dass man das auch sieht. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Präsentation und möchte vielleicht noch mal voranstellen, so ein bisschen den Geist, in dem wir gearbeitet haben. Wir haben das sehr ernst genommen, hier wirklich Untersuchungen anzustellen, was denn städtebaulich an dieser Stelle passieren kann, auf welche Arten und Weisen man diese Stadt hier weiterbauen kann. Und das illustrieren noch mal diese Bilder. Wir haben unzählige Varianten und Versuche gemacht, die Hochpunkte zu positionieren und auch eine Haltung zu den Quartieren zu finden. Jetzt nach diesem halben Jahr Arbeit sind wir zu einer städtebaulichen Grundhaltung gekommen, die wir in allen Varianten, wir haben jetzt drei Varianten präsentiert, Kompletterhalt, Teilerhalt und Abriss und Neubau. Und alle diese drei Varianten, die stehen im Prinzip unter der gleichen städtebaulichen Grundhaltung. Und diese städtebauliche Grundhaltung, die möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Und diese würden wir auch als Empfehlung abgeben, um im Weiteren dann zu schauen, wie man dieses Grundstück städtebaulich neu ordnen kann. Für uns ist dieses Grundstück und dieses, nicht ein Grundstück, es sind viele Grundstücke, dieser ganze Bereich um das Ettlinger Tor eine Insel, in der Solitäre stehen. Das möchte ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen näher erläutern und an den Schichten der Stadt und an der Abwicklung der Via Triumphalis noch mal erläutern. Das funktioniert auch so, oder? Ja, perfekt. Es gibt die historische Stadt, den Fächer, die erste Erweiterung nach Süden, wo die Via Triumphalis sehr geometrisch aufgebaut ist, mit den Platzfolgen, den Raumkanten links und rechts, also eine sehr starke symmetrische Ausrichtung. Und dann kommt die Zäsur der Kriegstraße, in der südlich davon Gebäude stehen, die aus sehr vielen unterschiedlichen Epochen da stehen. Und es gab Pläne natürlich, auch diese Symmetrie weiterzubauen. Das ist aber in der Realität nie erfolgt. Das heißt, wir haben hier aber auch ein Stück weit gelebte Geschichte der Stadt, die es, denke ich, genauso wert ist, wertgeschätzt zu werden und fortgeschrieben zu werden. Also wir haben in diesem quasi Freiraumkontinuum an dieser neuen Stittstelle eine Ansammlung von Solitärbauten unterschiedlicher Epochen, die in so einem großen Freiraumgerüst stehen. Diese Freiraumcollage ist natürlich jetzt nicht nur ein blauer oder ein gleicher Freiraum, sondern er besteht aus ganz unterschiedlichen Qualitäten. Und das ist einer der Ansätze, der sich durch alle Varianten durchsieht, diese unterschiedlichen Qualitäten der Freiräume auch rauszuarbeiten, um dann im Zusammenspiel mit der Bebauung dort wirklich gute Stadträume schaffen zu können. Diese Freiräume teilen sich in unseren Entwürfen, das werden Sie auch nachher im Lageplan sehen, in unterschiedliche Bereiche auf. Ich gehe mal von links nach rechts durch. Wir haben diese coole Grünspange, die vom Süden, von der Bayertheimer Allee, über diese Plätze nördlich des Konzerthauses, über den Nymphengarten, dann in die Stadt weiterführt, die für die Karlsruher Wissendes eine sehr wichtige Fahrradverbindung ist. Und die könnte auch in Zukunft eine sehr wichtige Grünverbindung, eine verschattete Grünverbindung in diesem Raum spielen. Wir haben die Straßenräume, die Kriegsstraße wird ja fast boulevardähnlich ausgebaut, die Baumeisterstraße und die Ettlingerstraße. Und dann noch zwei weitere größere Freiraumbereiche, den Festplatz, den wir als einen eigenen Charakter sehen. Und dieses, was jetzt rot gefärbt ist, der Theatervorplatz, der Hermann-Levy-Platz und diesen Bereich zwischen den Bauten, die wir da drüben auf der westlichen Seite haben. Wir haben diesen Freiräumen versucht, Nutzungen zuzuschreiben, die dort im alltäglichen Leben so stattfinden können. Also von Mittagspause machen, lesen, aber auch Leute treffen und ins Theater gehen, Kultur und so weiter. Das kann man im Detail dann auch nochmal studieren. Und versucht, die Wegebeziehungen zu analysieren, in der die Leute sich durch die Stadt bewegen und da auch dann Freiräume und Baustruktur möglichst so zu organisieren, dass sinnvolle Wegebeziehungen möglich sind, natürliche Wegebeziehungen und gute Stadträume eigentlich dort entstehen. Dieses Prinzip der Solitärinsel und dieses Freiraumkonzept zieht sich jetzt sozusagen durch alle Entwürfe durch. Und das bitte ich Sie vielleicht so im Hinterkopf zu behalten. Dann kann man vielleicht auch die einzelnen Entwürfe nochmal sehen, wie die sich dann im Detail dadurch unterscheiden. Und das war uns besonders wichtig, hier zu einer Haltung zu kommen, mit der man mit unterschiedlichen Szenarien, die ja jetzt noch nicht entschieden sind, dort eine klare Haltung bekommen kann, wie die Stadt weitergebaut werden kann. Zu den Atmosphären der Freiräume habe ich jetzt hier einige Referenzen mitgebracht. Sie sehen jetzt oben links, so könnte man sich das vorstellen zwischen unseren neuen Hochhäusern, also ein sehr belebter, verschatteter Stadtraum, der viel Bewegungsfläche hat, aber auch diese grünen Inseln, diese grünen Kissen, die, wir hatten vorher das Schlagwort Oase dazwischen reingeschrieben, die wie so eine Oase im Alltagsleben auch funktionieren können. Wir haben den Festplatz, hier ist ein Beispiel aus Zürich. Das Winterthur ist jetzt nicht als Ortsangabe, sondern der Fotograf kommt daher zu verstehen. Das ist der Theaterplatz, der Sechseleuteplatz in Zürich, der auch eine ähnliche Funktion von großen Bewegungsflächen, aber auch Randbereichen hat, die beschattet sind und sehr grün sind. Und aus Rotterdam jetzt das Beispiel in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir uns das an dem Festplatz vorstellen können. Diese städtebauliche Grundhaltung ist in diesen allen drei Szenarien umsetzbar. Ich möchte nochmal kurz diese Prinzipien nochmal kurz nahe bringen. Das eine hatte ich ausführlich schon gesagt, also es geht darum, die Via Triumphalis und diese beiden Stadtabschnitte in zwei unterschiedlichen Abschnitten zu sehen und sie dementsprechend auch auszuformulieren. Funktional und von der Belebung her möchten wir damit auch den Sprung über die Kriegsstraße schaffen und dieses Loch, was es heute in der Stadt gibt, zu schließen. Wir verstehen dieses Plangebiet eben als diese Solitärinsel aus einer Freiraumcollage. Und in allen Entwürfen sind es drei Gebäudekonglomerate, drei Gebäudekomplexe, die auf diesem Grundstücksteil des heutigen Landratsamtes dann stehen. Die Hochpunkte, die wir dort vorgesehen haben, bleiben in dem Karlsruher Maßstab und Kupatur und sind alle von der Ettlinger Straße ein Stück weit zurückversetzt. Das werden wir nachher in den Fußgängerperspektiven auch nochmal sehen, welchen Grund das hat. Dachgärten und Stadtbalkone ergänzen die Freiräume auf einem höheren Level, sodass dort auch nochmal neue Freiraumqualitäten auf den Dächern dazukommen können. Und so entsteht eigentlich im Herzen der Stadt lebendige Stadtbausteine. Wir haben auch das Grundstück des Post-Check-Amts untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nördlich dieser Zäsur keine neuen Hochpunkte vorschlagen würden, sondern die südlich der Kriegsstraße vorsehen. Zumal man, auch wenn man jetzt heute neue Hochhäuser baut in so einer Stadt, wir denken, dass solche Gebäude, die in so einem zentralen Punkt stehen, auch Ausdruck der Zivilgesellschaft sein sollten und eben solchen Funktionen wie Landratsamt, öffentlichen Gebäuden vorbehalten bleiben sollen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz diese drei Szenarien unten vorstellen, die alle, wie gesagt, auf diesen Prinzipien aufbauen. Das erste ist Abrissneubau, das zweite Kompletterhalt des Landratsamtensembles und der dritte Vorschlag ist der Teilerhalt. Zum Neubau, Sie sehen jetzt hier nochmal den vorher erwähnten Lageplan, wo Sie auch wieder die Prinzipien wiederfinden, die grüne Oase, die zwischen diesen Bauten sitzt. Dann der großzügige Theaterplatz im Norden und Süden, auch baumbestanden und verschattet und so weit es geht, auch mit Schatteninseln hier drin. Uns ist wichtig, dass wir bei dem Thema Stadtklima eine ganzjährige Betrachtung vor Augen haben. Das heißt, auch im Winter und im Herbst freut man sich dann auch mal über Sonne und im Sommer braucht man den Schatten. Und so wäre es quasi möglich, auch zu jeder Zeit dort Wege zu finden und Möglichkeiten zu finden, sich angenehm aufzuhalten. Die Entwicklungsschritte sehen so aus, dass in dem ersten Schritt hier Casino und Tiefgarage des ehemaligen Wadenwerks zurückgebaut werden. Dann entsteht der neue Turm des Landratsamtes, das wir in diesem Szenario an diesem Ort belassen. In dem ersten Bauabschnitt werden dort 19.000 Quadratmeter BGF realisiert und nach Fertigstellung des Hochhauses kann direkt umgezogen werden und in der Folge dann die restlichen Stadtbausteine entstehen. Das sieht so vor, dass wir eben diese drei unterschiedlichen Hochpunkte haben. Alle Hochpunkte sind städtebaulich, architektonisch nach einem anderen Prinzip aufgebaut, in der Höhenstaffelung unterschiedlich. Sie sehen jetzt hier das Landratsamt, das eine sehr gute Adresse an der Kriegstraße bekommt, sich dort sehr gut präsentieren kann und auf der anderen Seite auch einen zweiten Eingang hat, der zum Theaterplatz hin zeigt. Hier vorne auf diesem Grundstück haben wir eine städtische Nutzung vorgesehen, eine sehr öffentliche Nutzung, eine sehr publikumswirksame Nutzung. Wir könnten uns vorstellen, dass wenn über eine Volkshochschule oder eine Bibliothek diskutiert wird, das ein ganz toller Standort sein könnte, den man hierfür nutzen kann, um hier ein ganz zentrales Gebäude für die Stadtgesellschaft zu platzieren und im Süden ergänzt zum Quartier hin das Ensemble im Wohnturm. Sie sehen hier die Erdgeschosse, Sie sehen es vor allem beim Landratsamt, das ja auch ergänzende Nutzungen wie Bildungseinrichtungen hat, einen großzügigen Foyerbereich, der sich zu beiden Seiten hin öffnet und hier eine große Nutzung, in dem Fall haben wir jetzt hier mal eine Bibliothek vorgesehen. Nach oben hin orientieren sich dann im Wohngebäude natürlich die Wohnungen und in den anderen beiden Regelgeschossen dann die Büronutzungen. Nutzungsmäßig kann man sich das so vorstellen, das Landratsamt mit seinen Kernnutzungen plus den ergänzenden Funktionen auf der rechten Seite die städtische Verwaltungsnutzung, die in einem aufgesetzten Kubus auf diesem Sockel steht, in dem jetzt hier eine sehr große Fläche mit 15.000 Quadratmetern beispielsweise für eine Bibliothek vorgesehen sind und der Wohnturm auch nochmal mit knapp 8.000 Quadratmetern. Über die Zahlen brauche ich jetzt hier glaube ich nicht viel zu verlieren, das kennen Sie alles in den Unterlagen. In den Schnitten sieht man jetzt nochmal die Höhenabwicklung. Das deutlich prägnanteste Gebäude ist das neue Landratsamt, das sich sehr gut zur Kriegsstraße positioniert und auf dieser Seite stehen muss, wenn man auf diesem Grundstück bleiben möchte, weil hier auf dieser Seite der alte Turm steht. Das heißt, wenn man hier bauen möchte, dann kann es nur auf dieser Seite passieren und auf dem rechten Grundstück jetzt hier die Bibliothek mit dem aufgesetzten städtischen Restaurant, das jetzt so knapp unter der 60 Meter Grenze bleibt. Im Modell sieht es so aus, dass man hier vorne, betone ich nochmal auf den, man wird das gleich in den anderen Perspektiven nochmal sehen, dass wir zurückbleiben von der Ettlinger Straße und hier in der Höhenabwicklung einfach nochmal drei unterschiedliche Hochpunkte hat. Das ist die Perspektive, wenn man von der Kriegsstraße Richtung Westen schaut. Hier sieht man nochmal vielleicht im Erdgeschoss zu sehen, die besondere Abwicklung auch vor und Rückspringe an der Kriegsstraße, die so ein lebendiges Gegenüber zu der etwas monotonen Fassade des Shoppingcenters dann bietet. Sie sehen auch vielleicht ganz leicht, dass dieser Kubus hier oben, das wird man vielleicht auch noch später in der Perspektive sehen, dieser Kubus sich abheben kann. Also er ist jetzt nicht einfach nur die Fassade hochgezogen, sondern das könnte quasi wie ein Gebäude auf dem Gebäude darstellen. Hier sehen Sie die Adressierung des Landratsamtes und die Positionierung zur Kriegsstraße und die grüne Spange, die vom Konzerthaus dann zum Nymphengarten hochführt. Das sehen wir gleich auch noch in der Fußgängerperspektive. Und hier von Südwesten geschaut, auch nochmal die Höhenabwicklung von diesen drei Punkten und auch ein Einblick dann in die Innenbereiche dieses Ensembles. In der Fußgängerperspektive vom Hermann-Levy-Platz aus ist das jetzt so zu sehen, wir haben jetzt bewusst hier ein paar Bäume vorenthalten, damit man nochmal besser auf das Gebäude sehen kann. Und hier sehen Sie auch nochmal die Idee dahinter. Man könnte hier unten auch architektonischen Zeichen setzen mit so einer Bibliothek oder mit dem öffentlichen Gebäude und dann wie in einem zweiten Baustein quasi erkennbar noch was oben drauf zu setzen. Das bitte ich bewusst jetzt nicht als Architektur zu verstehen, sondern als eine Vorstellung, wie man typologisch mit so einem Bauwerk hier vorne umgehen kann. Sie sehen das Landratsamt hier hinten, den Durchgang und auch den zweiten Eingang zum Landratsamt und hier die Perspektive nochmal vom Nymphengarten auf der Kriegsstraße Richtung Osten geschaut. Auch die Adressierung des Landratsamtes hier vorne und die Grünsprange, die hier vom Süden Richtung Nymphengarten dann führt. Die Erdgeschosse sind allesamt so organisiert, dass dort möglichst publikumswirksame und öffentliche Nutzungen stattfinden, sodass auch eine Belebung der Kriegsstraße erfolgen kann und man auch sieht, was in den Gebäuden dann stattfindet und so die Kriegsstraße auch zu einer guten Adresse werden kann. Diese Perspektiven möchte ich vor allem Ihnen nochmal das Augenmerk auf diese Perspektive hier, wo ich meine Maus gerade bewege, zu richten. Das ist die Perspektive aus der Ettlinger Straße, wenn man Richtung Schloss schaut. Und hier haben wir in sehr vielen Varianten versucht, diesen Turm, der hier vorne steht, auch noch weiter an die Ettlinger Straße hin zu platzieren. Wir haben jetzt hier die Bäume bewusst weggelassen. Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass der Freiraum hier so auf das Ettlinger Tor schießt. Wenn aber die Kriegsstraße umgebaut ist und man den alten Baumbestand hier dazu fügt, dann sieht man eigentlich fast nie die Fassade des Shoppingcenters, sondern man sieht dann im Prinzip die grüne Allee der neuen Kriegsstraße. Und ich bin jetzt auch im Nachgang zu den anderen Workshops so oft hier hochgefahren und wir fanden das eigentlich fast unvorstellbar, dass hier ein Hochpunkt ganz direkt an der Kriegsstraße vorne steht, sondern wir haben jetzt in allen Varianten diese Hochpunkte immer aus dieser Achse etwas rausverlegt. Hier sehen Sie nochmal die Abwicklungen an der Kriegsstraße und hier ein Blick aus dem Marktplatz, dass man sich auch nochmal vorstellen kann, was kommt da zur Stadtsilhouette hinzu. Das ist eigentlich vom Marktplatz aus kaum wahrnehmbar. Das Szenario Bestandserhalt erhält quasi dieses komplette Ensemble des alten Badenwerkes, fügt hier das Landratsamt neu hier vorne dazu und da können wir vielleicht auch gerade anknüpfen an das, was ich eben erwähnt hatte, also das städtebauliche Prinzip, eine Durchlässigkeit zur Kriegsstraße, drei Gebäudeensembel, drei Hochpunkte ist auch hier eingehalten, genauso wie der Rücksprung von der Ettlinger Straße mit dem Hochpunkt. Die Bauabschnitte würden hier so aussehen, dass man in der ersten Phase im Prinzip von Null auf komplett neu bauen kann, vorne auf diesem städtischen Grundstück. Dort könnte das neue Landratsamt in einem Komplettbau sozusagen erstehen, also ohne Bauabschnitte könnte man dort alles realisieren. In der zweiten Phase würde man das ehemalige Badenwerk sanieren und dann durch die Ergänzungsbauten zu diesem Ensemble ergänzen. Parallel dazu oder unabhängig dazu kann auch dieser Wohnturm im Süden des Geländes entstehen. Hier nochmal die Dachaufsicht. Sie sehen hier das Ensemble, wie es heute besteht. Wir haben hier einen ganz leichten Glaskörper noch angefügt mit einem Treppenhaus und zwei Riegelbauten ergänzt, das dann im Prinzip dann einen Garten und einen Hof von diesem Ensemble ausbildet. Und im Osten ist dann der neue Turm des Landratsamts entstanden. Dieser ist bewusst auch wieder zurückgeruckt mit dem Hochpunkt. Und genau, hier unten dann wieder der Wohnturm in den Erdgeschossen. Ist das ähnlich, wie ich das vorhin erläutert habe? Das Landratsamt mit großen Foyeren, Publikumsnutzungen im Erdgeschoss und hier drüben könnten Bildungseinrichtungen, beispielsweise auch eine Volkshochschule plus Verwaltungsnutzungen in dem Turm stattfinden. Auch die Dachgeschoss, die obere Geschossin wieder als Büroebenen und hier die Nutzungsverteilungen. Und Sie sehen, dieses Konglomerat aus dem Bestand plus den ergänzenden Bauten bietet jetzt Platz für sehr viele Nutzungen. Also da kann man sich sehr viel vorstellen, von öffentlichen Nutzungen, Bildungseinrichtungen bis hin zu Wohnnutzungen und Verwaltungsnutzungen, die man hier unterbringen kann. Und vorne das Landratsamt mit seinen ergänzenden Nutzungen die beiden Gelbtöne stehen einmal für die tatsächliche Verwaltungsnutzung des Landratsamtes plus die neuen Bausteine wie Weiterbildung und Fortbildung, Tagung etc. Im Schnitt sieht man hier jetzt auch nochmal die Höhenabwicklung und Sie sehen, dadurch, dass man, wenn man dieses Bestandsgebäude erhält und vorne auf dieser Ecke auch noch von der Ettlinger Straße ein Stück weit zurückbleiben möchte, muss man schon sehr kompakt und auch sehr hoch bauen, wenn man ein einigermaßen schlankes Hochhaus dort auch noch haben möchte. Wir finden, dass es in der Proportion eigentlich sehr gut dort steht. Das neue Landratsamt, dieser neue Turm geht über die bisherige Höhe hinaus, ist jetzt ein Turm von 90 Metern und eben hier vorne direkt an dem Vorplatz zum Ettlinger Tor platziert. Im Modell sehen Sie jetzt hier auch nochmal die Darstellungen. Auch hier kann man diesen oberen Teil auch leicht abheben. Im Erdgeschoss dieses Gebäude springt etwas aus dieser Flucht raus, hat aber unten auch Arkaden, sodass, wenn man sich hier unten bewegt, eigentlich man immer auch den Durchblick hat und sich dort nichts in den Weg stellt. Hier nochmal der Blick aus der östlichen Kriegstraße Richtung Westen gesehen. Sie sehen, dass man den alten Turm des Landratsamtes hier nicht sieht, der verbirgt sich dahinter, aber das ist auch ohnehin eine Perspektive, die, glaube ich, nie jemand zu Gesicht bekommen kann. Aus diesem Blickwinkel hier nochmal vom Nymphengarten ausgeschaut, die Höhenentwicklung der drei Hochpunkte und das ergänzte Badenwerkensemble. Und nochmal vom Konzerthaus aus gesehen, ebenfalls die Höhenentwicklung nochmal vielleicht der drei Hochpunkte und so würde die Perspektive vom Hermann-Levy-Platz aussehen. Man sieht das alte Landratsamt quasi in voller Pracht, es steht hier ja noch, hier vorne wäre das neue Landratsamt und wir könnten uns hier durch diesen Vorsprung auch so einen Stadtbalkon vorstellen, der auch dann für Publikumsanlässe sicherlich ein ganz toller Platz ist, für so eine Verwaltung wie das Landratsamt hier oben, dann auch wie so eine Stadterrasse in Stadtbalkon auszubilden, der auch begrünt sein kann. Hier nochmal die Fußgängerperspektive aus der Kriegsstraße, das alte Badenwerkensemble ergänzt durch diesen Neubau, durch die Fuge nochmal abgetrennt von dem Langbau und hier vorne das neue Landratsamt am Ettlinger Tor. Auch hier wieder möchte ich hauptsächlich den Blick auf diese Perspektive lenken, den Blick aus der Ettlinger Straße Richtung Schloss. Ich versuche Sie jetzt mal in Gedanken mitzunehmen, wenn Sie diesen Turm hier vorne platzieren und hier hinstellen und sich das auch mal aus der Straßenperspektive draußen anschauen, wir sind der Meinung, dieser Hochpunkt sollte auf jeden Fall ein Stück weit aus dieser Achse genommen werden. Ich bin mit meinen 20 Minuten durch, ich möchte Ihnen, weil wir einfach jetzt noch die dritte Variante dabei haben, Ihnen das nur in zwei Minuten noch kurz zeigen, was denn wäre, wenn man zu dem Schluss kommt, dass man das Landratsamt abreißen kann oder der Denkmalschutz jetzt nicht zum Tragen kommt, könnte man dennoch die Hochhausscheibe auch als ein Karlsruher Wahrzeichen behalten, das Landratsamt hier vorne neu bauen und eine neue Nutzung für dieses Hochhaus suchen und durch ein Ensemble ergänzen. So hätte man auch wieder das gleiche Prinzip, Öffnung zur Kriegsstraße, Rücksprung vom Hochpunkt und eine gute Anbindung an die Freiräume und die Quartiere, hätte man auch ein Szenario, in dem man die Hochhausscheibe behalten könnte und das Landratsamt mit einer guten Adresse noch mal gut und neu in der Stadt positionieren kann. In dem Fall wären die Entwicklungsabschritte wie folgt, der Langbau würde abgerissen, dann hätte man Platz hier vorne für einen großzügigen Bau des Landratsamtes, hier wäre man auch relativ flexibel, weil das Grundstück recht groß ist und im zweiten Schritt würde dann das Ensemble da hinten ergänzt. Das sieht dann in einem Lageplan so aus, auch hier hat man jetzt einen recht großzügigen Vorplatz, man hat die Öffnung zur Kriegsstraße, den Wohnturm hier unten und den Übergang dann zum Hema Hermann-Levy-Platz, den wir von seiner Gestalt, also es gibt verschiedene Gestaltungselemente, diese Grünkissen mit den Bäumen drauf, die locker gestellten Bäume und auch einen klimaangepassten Stadtbelag, der sich eigentlich hier in diesem Ensemble durchzieht und den man mit diesen Elementen auch steuern und dichter und intensiver oder auch lockerer machen kann. Im Schnitt sieht diese Variante so aus, hier ist dieser Hochpunkt des neuen Landratsamtes um 90 Grad gedreht und ergibt sich dann eigentlich mit dem bestehenden Turm, gibt es ein Ensemble aus zwei Türmen, die in jeweils unterschiedliche Richtungen schauen, das sehen Sie jetzt hier auch nochmal im Modell aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe nochmal hier von der Kriegsstraße geschaut und aus dem Südosten wieder das selbe städtebauliche Prinzip mit den Nutzungen, die Sie auch alle schon kennen und damit bin ich fast am Ende. Wir haben nochmal, um es ins Gedächtnis zu rufen, versucht hier eine städtebauliche Grundhaltung rauszufiltern mit Leitplanken, die jetzt architektonisch, städtebaulich in allen drei möglichen Szenarien verfeinert und durchgehalten werden können und man sieht hier nochmal alle drei nebeneinander. Man sieht auch in den Raumprogrammen und in den Nutzungszuwächsen, dass sich diese Varianten alle ähneln. Also das Programm kriegt man überall gut unter, man kriegt sogar überall noch einen recht guten Bonus an Nutzfläche dazu und so stehen die drei Varianten nochmal nebeneinander und damit bin ich am Ende meiner Vorstellung und freue mich sehr auf die Fragen und auf Ihre Rückmeldungen. Herzlichen Dank. Was als eine zentrale Frage herausgekommen ist, ist diese Zurücksetzung des Hochhauses von der Ettlinger Straße. Warum haben Sie diese so weit zurückgesetzt und damit so viel Freiraum kreiert? Würden Sie mir da erwähnen? Ja, das war in der Tat eine der Fragen, die wir am intensivsten diskutiert haben. Sie sehen jetzt ja alle drei Modelle nochmal nebeneinander und insbesondere, ich gehe nochmal ganz kurz auf diese Perspektive hier zurück, wenn man vom Süden auf dieser wichtigen Stadtachse Richtung Schloss schaut, fanden wir, es wäre wahnsinnig dominant, wenn dort genau in dieser Achse ganz nah an diesem Blick zum Schloss und man sieht jetzt auch hier die Symmetrien dann in der alten Stadt, also das Ettlinger Tor kann man sehen, also Sie sehen es jetzt nicht, aber man kann die Symmetrie dann sehen von der alten Stadt nördlich der Kriegsstraße, man sieht nämlich links das Ettlinger Tor und auf der rechten Seite das Postcheckamt, die dann den Eingang zur inneren Stadt bilden und wenn dort vorne ganz nah an der Straße so ein Hochhaus steht, dann würde das diesen Eindruck natürlich auch etwas drüben. Das andere hat für uns mit Orientierung zu tun, wir haben jetzt ja die U-Strap und wenn ich mir vorstelle, ich bin neu in der Stadt, ich komme da an und ich steige am Ettlinger Tor aus und komme hoch, dann ist glaube ich auch eine gewisse Weite und eine gewisse Orientierung, wo bin ich, wie wirken die Hochhäuser, glaube ich ganz angenehm und das war auch mit einem Grund zu sagen, so ein Hochpunkt, und wenn der da steht, der braucht auch einen gewissen Vorraum zur Orientierung und auch wenn man vom Hermann-Levy-Platz rüberschaut, könnte diese Vorzone nochmal ganz angenehm sein, dass es nicht so ganz press an der Straße da dran steht. Das waren somit die Hauptgründe, warum wir das so gemacht haben. Ja, neben positiven Kommentaren waren auch eher kritische Einordnungen, eine sehr blockige Bebauung beispielsweise oder eben auch eine interessantere Darstellung der Hochpunkte, der Hochhäuser. Aber wenn wir jetzt gerade, was Sie ausgeführt haben, nochmal über die Ettlinger Straße drüber springen in Richtung Hermann-Levy-Platz, wurde nochmal sich erkundigt, inwieweit dieser große zusammenhängende Platz auch eine eigene Qualität entwickeln kann. Also welche Nutzung stellen Sie sich da vor? Wie kann der dann auch städtisch genutzt werden? Der Hermann-Levy-Platz ist ja Gegenstand eines Wettbewerbes, der demnächst durchgeführt wird. Und es wurde im Verfahren zu Recht darauf hingewiesen, dass man diesen Platz jetzt mal mitdenken soll mit den Vorschlägen, die wir jetzt hier auf dieser Seite erarbeiten. Und für uns ist das neue Theater, das da drüben entsteht, wird ja auch ein Blick fangen werden. Es wird ein gutes Gebäude sein, auf das die Stadt stolz sein kann und das man auch sehen können muss. Wenn ich da ankomme und ich abends ins Theater gehe, dann braucht der natürlich auch eine gewisse Weite, um auch wirken zu können. Man geht dorthin zum Theater und so ist unser Platz. Diese Platzgestaltung ist jetzt auch nicht wörtlich zu nehmen im Sinne von einem Umsetzungsplan oder Umsetzungsentwurf, sondern von einer Zornierung. Wir haben ja das Problem, dass wir die Tiefgarage darunter haben und dort nicht nach Belieben Bäume pflanzen können, zumindest, wenn man den Untergrund nicht entsprechend vorbereitet. Und so teilt sich quasi dieser Platz in unterschiedliche Zonen auf, in welche, in der man verschattet am Nachmittag sitzen kann, für Leute, die in der Umgebung arbeiten. Es gibt Wege, wo man dann vielleicht auch mit entsprechendem Schuhwerk zum Theater laufen kann und sich freuen kann auf einen schönen Theaterabend. Und es gibt Bereiche, in denen man auch auf diese Freitreppe schauen kann, die verschattet sind, die neue Freitreppe, die am Theater entsteht, wo man quasi auch Zuschauer sein kann. So gibt es verschiedene Zonierungen des Platzes und wir denken, dass es ein sehr nutzungsoffener, aber für viele Nutzungen alltäglich und selbstverständlich nutzbarer Raum sein sollte. Ja, dann springen wir gerade noch mal nach Norden von den vier Ecken, die am Etlingatora aufeinandertreffen in Richtung des Post-Check-Amtes. Es wurde angemerkt, dass Ihr Entwurf zu wenig als das Gesamtareal im Blick hat, also auch die anderen Ecken und wie Sie sich auch die Entwicklung beim Post-Check-Amt vorstellen. Ja, auch das haben wir intensiv diskutiert. Das Resultat, das Sie jetzt in den Plänen sehen, heißt jetzt nicht, dass wir dort uns keine Gedanken gemacht hätten, sondern, dass wir mit der Kupatur, die wir jetzt dort eingezeichnet haben, städtebaulich die Haltung vertreten, dass dort dieser Block mit seiner geschlossenen Fassade auch in der zukünftigen Bebauung im Prinzip weiter zu halten ist. Auch in seiner Höhenentwicklung jetzt keine großen Unterschiede zum Etlingatora machen sollte, sondern im Prinzip diesen Block auch schließen kann. Da könnten natürlich schon leichtere Unterschiede in der Höhenentwicklung sein, aber wir sehen hier jetzt keinen weiteren Hochpunkt vor. Und auch die Wege aus der Stadt, es wurde vorher mal ganz kurz diskutiert, ob man dieses Gelände noch anders durchwegen sollte. Wir haben links und rechts dieses Blockes wichtige Wege, die in die Stadt führen, insbesondere via triumphal ist. Und ich glaube, der sollten wir durch zusätzliche Durchwegungen nicht die Butter vom Brot nehmen. Vielen Dank, Herr Krass, für die Präsentation und für die Antworten auf die Fragen. Vielen Dank, Herr Krass. Vielen Dank, Herr Krass.